und einen wunderschönen guten tag zu einem neuen video beziehungsweise zum ersten video von united gaming forces heute aus der sicht von mir dem dominic und wir das ist unser erstes projekt minecraft wir haben bis jetzt noch keinen namen dafür vielleicht fällt uns doch etwas ein ich kann ja mal kurz zeigen wer noch alles dabei ist das ist der felix in game sonica dann haben wir den jaden in dem remake dann haben wir tim ich glaube den namen dafür muss man nicht viel sagen sir tim 98 ist glaube ich relativ selbsterklärend und dann haben wir noch den sibby beziehungsweise tobias ja das ist unsere gaming youtuber crew und wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen zusammen hier minecraft spielen wir haben hier ein paar mods drin wir sind in der version 17 und aus diesem grund hat jeder entsprechend zu seinem job ein paar passen also ich bin bilder deswegen habe ich einen carpenters hammer ein stack carpenters blocks ein stack orkwood ein stack stone und ein chisel bekommen was habt ihr denn so was habt ihr denn so eine ja macht so ein stack tomato seeds sechs bäume kartoffel und karotten hau so ich habe eine eiselspitzkarte ein eisenhelm rucksack mit keine ahnung wie viele slots 27 slots für ein slot mit einer anzahl einer kleinen kiste ja warum baue ich eigentlich einen baum aber ich habe doch 64 ich habe alles um einen schönen kompass zu machen wir auch richtig in den boden hineinpflanzen kann und dann essen würde ich vielleicht nicht oder aber ansonsten wollen wir uns vielleicht erst mal einen ort suchen wo wir wirklich bauen wollen und wollen wir hier bleiben nein nicht hier bleiben weil wir haben hier viele biome direkt noch wow ihr seid auch so genial was denn ich sibby wollen wir in die schlucht gehen nein das ist doch keine schlucht das ist eine öle eine öle eine öle eine öle ähm dominik ich bin gerade dran nein nein das geht nicht gut alter ey wickets kraften ach so ich ich habe übrigens auch ne ne toolstation station ja nein das ist mein baum geh weg geh weg geh weg dann habe ich noch was ein paar bilder ein pattern chest als wenn das so lange braucht und ein answer warum braucht man denn bitte so lange um einen baum abzubauen weil dann der kriege betät dann wird geht weil wir aber nicht vergessen die konflikte stellen so professional wie wir sind und da ist halt festgelegt dass um die höhere baum ist das länger braucht er zum abbauen mhm wenn das noch kommen müssen und wenn man es nie glaubt man die ja ein ganzes koppel gleich noch wow das ist gut und erster aufnahme muss auch kurz unterbrechen und dann mal die tritte betäter konnte mal ein bisschen einstellen das dann bitte auf dem server einstellen ja was weiß ich fragt tobi oder jan schau mal ob die gleich kurz erreichbar sind ja tobi ist da oben das stimmt und jan auch also was jan was macht ihr denn hier haut ab ich will drei kobbels haben ja hier alte drei man jetzt vier aber ist egal ist mir egal ich brauche kobbels dann muss ich nicht extra nach oben warum baut sich der baum jetzt ich hauen ich hauen ich bin fast tot ich hab auch nur noch ein herz also sagen wir bleiben zwar im wald aber wir verziehen uns irgendwo anders hin was haltet ihr davon wenn wir uns erstmal mal oh ich hab ein herz hat wer was zu essen für mich ja ich hab halt Kartoffeln und die bringen halt nicht viel ne ja da bringt's halt lieber äh warte auf äpfel schweinefleisch also bringen wir was zu essen alter ach hier meine fresse ey und wir haben natürlich noch ne warte dumm ich hab da gezeigt was ich hab mir um zu regenerieren ich hab auch nicht mehr was haltet ihr sonst davon wenn wir jetzt erstmal losgehen uns nen ort suchen wo wir unsere base errichten wollen ja wäre vielleicht ne gute idee folgt mir ja Tim Tim schlägt Schafe dann wo seid ihr alle Barry Bush Barry Bush wir haben wo seid ihr Tim was war das denn Tim Items keine sorge wir haben alle deine Items sei ruhig ich kriegst du auch nicht wieder der erste tot ey GG Professionell ey ich meine sag mal wieder wenn wir ne Basis haben dann suche mich doch schlag die sich gegenseitig oder was was geht denn da jetzt ab Tim du kannst dich mit rechtsklick mitnehmen Tim du kannst dich mit rechtsklick mitnehmen da musst du dich extra wegschlagen ich steh hier jetzt irgendwo aufgebaut musst du selber suchen ähm da bist du gemein ich schläge sich um dich gegenwaltig oh ich hab ich hab einen schönen See auf der Karte Jaden hast du jetzt das eine Ding wieder die Tool Station ich hab überhaupt nichts ich hab den Park Builder ich hab Wolle ich hab die Pattern Chess ich hab den Anvil von ihm ich hab die Tools von ihm warum habt ihr alle mit dein Gepäer ja warte doch mal ab man ich hab irgendwo so einen Tool Station oder sowas hingesetzt und die find ich grad nicht wie duf 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 ich hab dir das fürs nächste Mal tipp bis wir mehr Leben haben duf ähm aber glaub ich alles was ich von dir hab glaub ich von dir nicht ok ich hab noch eine Sache ja du bist doch hinter mir hergerannt und du hast mich geschlagen du hast mich geschlagen wie wärst du mit einem See bauen ich möchte ja See hier ist ein See ja ich bin mal aufm Weg zu dir dem ist ja auch schon da wir haben da Hügel weil das einzige Problem ist dass hier halt Birkenwald ist Birkenwald ja und ja und ja und Birkenwald du musst dann nur schön aussehen da vorne ist Felix da wird das von Felix hier 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 ja ja stopp weil ich find das gut bitte mich verarschen man was hat der Baum abgebaut Alter was geht jetzt ab ich kann nicht was dritten werden stehen geh weg ich Gott oh oh Alter nicht im Ernst ey ich hab dich doch noch nicht getötet ich hab deine Sackgut oh ne Eisen hat doch keiner ne was ich hab ne Eisenspitzhacke ja ich brauch Eisen ich brauch drei Eisen für den Eimer ich hab ja schon mal angefangen eine scheiß Form zu bauen ich schick euch mal kurz die Koordinaten ne doch bei dir doch Minus 386 plus 25 achso jo alter das ist ich hätte schon heiß sehen in der ersten Folge hehehe ich will mein Essen ich will auf ich hatte doch zwei gebratenes Schweinefleisch ey bist du aber hat gelaggt ja da liegt immer noch ein bisschen ja so was macht der grad nicht bei Felix du hast es nur ein gebratenes Fleisch ich hatte zwei eins weiß ich mir jetzt auch scheiß egal ich will meine Sachen wieder ey schmeißt du dir hier hin alter das endet bestimmt in so einer Battle-Folge alter wo sich dann alle gehen auf die Fresse hauen naja Tim als Landschaftsgärtner weiß der 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 tötet dich nicht sondern er verbuddelt deine Burg und danach tötet er dich hehehe er verbuddelt deine Burg ey gib mir mein Steckfackel wieder und restliche Wolle echt mal gib ihm seine Wolle wieder ey frech halt Wolle oh Wolle 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 ich hab noch nie was von Wolle Dieb gehört ey ernsthaft jetzt schmeiß dir doch einfach alle dahin nö ich muss auch schon Spaß haben äh nö mein Fahrzeugkopf alter du oh Gott ey Alter wenn wir einen Deathcounter hier drin hätten ding 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 darf ich mich darf ich mich darf ich mich darf ich mich tp'n nein wir können höchstens gleich mal von uns allen den Spawnpunkt hier setzen ach Tim ich halte direkt seines Amtes hat wer ein Schwert boah ich bräuchte immer ein zwei Leute ich muss die ganze zwei in die Höhle clear ich hab nur ne Eisenspitzfacke ich brauch trotzdem eine Person die ganze mitkommt mit die Höhle clear das ist auf alle Fälle Eisendrode warte mal auf alle Fälle ist Eisendrode auf alle Fälle ist Eisendrode dann kommt Dominik hast du das Schwert? noch nicht? kommst du dann geb ich dir deine Sachen her Tim mach deine Arbeit als Landschaftsgeater schon mal fängt das schon mal an hallo jeder Hügel ist ein ein Hügel zu viel ne ja es kommt ja alles hinweg alles Tim guck mal in den Rucksack Tim ich weiß ich weiß ich hab nix in meinem Rucksack ach so er hat ja die ganzen Blumen ne ja da war ja was ja Dominik ja komm geh du erstmal weiter ich mach die Kohle ok Daden kommst du dann geh ich dir deine Sachen her dann kann ich mir jetzt gerade kurz ein paar Fackeln machen ich hol mir grad was zu essen die ganze Zeit da hast du keine Höhle voraus da ist aber auf alle Fälle ein bisschen Eisen drinne ok 2 Adern hab ich gesehen ein auf alle Fälle aber ich und der zweite gesehen hab weiß ich nicht Alter wo bist du denn die BTG schon lang gegangen ah Creeper tschum bum ah super der nächste tot ne ne ich hab ihn getötet ja ja Brokkoli oh jawohl Griefing ist hier an ne ja natürlich denn schon denn schon dann stelle ich mich bei Jaden zum Haus hin ey das wär das ey mit Griefing fangen wir noch nicht so früh an mit Trollen ja fangen wir nicht so früh an Tim tötet mich ja das war glaube ich aus Versehen ich hab Aluminium ja wenn du mir meine Sachen nicht wiedergeben willst also hab ich doch Junge tja um die Katze dass du Hunger hast ja ich hörs ha 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 ich hab ja hier Ah, ich hab einen Bogen gekriegt! Ich hab einen Bogen gekriegt! Ich glaub, die hat alle nieder. So, backen die. Doch. Kann nicht sein. Doch, Felix. Das ist ein Zombiespawner. Dann gib ihm. Ich versuch's. Auf alle Fall noch ein Skelett, aber ich hör's nicht. Brofist, bleib stehen! Das ist nicht. Brofist! Wir haben hier Marble. Marble, Marble! Was ist an den Truhen? Wir haben vier Schallplatten. Ein Miniherz. Vier? Gibt's hier Miniature Herzengirl? Ja. Und wir haben fünf Schallplatten sogar. Was bringen die Herzen? Da kannst du später Herzkanister draus machen. Und dann haben wir noch eine Diamante... eine Diamant-Horse-Rüstung, Pferderüstung, zwei Eisenpferderüstungen, zwei Sättel. Jo, das war's. Und ein bisschen Brot. Und ein bisschen Brot. Oh, ja, Brot ist gut! Aber snack du dir das. Snack du das Scheiß erstmal. Ich hab einen... fucking... Ähm... Und, äh, wichtig für uns später, hier diese Dings abbauen, die Monsters sind. Ja, mein Spitzhacker ist fast im Arsch. Nein, nein, noch nicht. Jetzt ist es im Arsch. Oh, hier ist Koppar. Ich nehm... ich nehm die Truhen mal mit. Ich hab noch was. Ich farm schon mal ein bisschen Sand. Du hast eine Truhe davon aufgenommen. Gib her. Oh, sorry. Libby? Ja. Irgendwie so ein bisschen... Was denn, Jayden? Achso. Ähm... Oh, lol. Wie viele Steine brauch ich, um das Mertury nochmal zu machen? Das kannst du noch gar nicht machen. Dafür brauchst du Lehm und, glaube, Gravel. Ich hol gerade Lehm und Gravel. Interessant. Ja, was weiß ich für viel du davon brauchst? Frag mich nicht. Hier! Dafür braucht man Mörtel, beziehungsweise Grout. Also... Du brauchst... Oh Gott. Du brauchst einiges. Hm... Wie kommt man hier nochmal raus? Ich weiß nicht mal wie ich hier rauskomme. Äh, du bist... Hä? Ach, das ist Felix. Felix? Ja. Ja. Könntest du... Ah! Oh! Was machst du denn? Fuck! Tim! Riefe doch mal, Junge! GG, wir haben Gold! Ich seh's! Ich seh's! Was ist denn? Tim! Tim! Angst? Ich guck euch einfach nur zu... Guck mal, ich stehe an der Höhle, guck dir mal zu. Du musst es nicht fast gegenseitig töten. Das würdest du gar nicht wissen. Doch, gerade Ify schon. Ausnahmsweise. Also ich hab jetzt, äh... 45... äh... Moss Stone. Wow. Ich hätte erstmal gern ein Schwert. Mach dir eins. Kann ich nicht! Warum nicht? Hey, hast du keinen Cobblestone oder was? Äh... Doch, aber ich müsste erstmal... Wieso stehen hier eigentlich zwei Toolstations? Weiß nicht. Heheheheh... Er hat sich hier vergessen abzusprechen! Oh, XP b-usch... B-usch... Oh! Hier schon! Glitterwandweit! Aua! Ey, das ist ne Witch Bitch! Nein! Schau's, eine Witch Bitch! Eine Bitch Bitch! Stipp, 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 stipp! Stipp, 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 stipp! Woh! Woh! Häh! Ich hab Blowstone anfallen! Ich hab Blowstone Dust! Dominik? Ja? Hast du, wenn du Kies in der Höhle findest, bring mal bitte mit. Ja, mach ich. Aber ihr wisst bis jetzt noch nix. Da muss ich schon mal wenigstens ein bisschen mit... Ich hab kein Schmerz da, Mann! Ich hasse es, unter Wasser zu arbeiten. Was soll ich denn sagen? Ich hab ein Herz! Ja, aber du wirst auch grad nicht vom Skelett verfolgt. Nein, aber wurde ich vorhin. Ich hab viereinhalb Herzen. Ich bin voll. Tim, hilf mir! Leute, tut ihn! Da kommt ein Zombie von vorn! Spinne! Alter, was hier grade abgeht, ne? Wir überleben nicht mal die erste Nacht, ey! Also, die Spinne ist tot! Also, ich bin froh, wenn ich jetzt die erste Folge überlebe. Ich auch. Hallo, Tim! Antwort einfach nicht! Gut so, Tim! Mach Feature so! Hey, das eskaliert hier noch richtig! Es eskaliert, genau! Dann nimm ich jetzt meine Sachen vor sich grad mal auf! Aua! Ah, Sibby, ich hab für dich übrigens schon Salz! Geil! Zum Kochen später! Bitter, ist voll! Zum Baby-Zombie! Töten! Warte mal, ich fang mal kurz ein paar Sachen von dir in deinem Backpack rein, ne? Oh nein, ich kann nicht mehr sprinten! Wär's nicht vielleicht sinnvoll, wenn wir mal sagen, was für Mods wir hier so drin haben? Ne! Wir wissen dasselbe schon! Ah! Oh! 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 Alter! Du den hörst, kriegst doch Krebs, Alter! Hilfe! Das stimmt zu spät! Tim, das reicht! Krebs in den Stadion! Will mir Hilfe! Noch zwei Wochen zu leben! Verrecke, du Hure! Am Arsch helfe ich dir! Der Moll, du Hure! Hä, wenn du stirbst, musst du doch unbedingt Jaden helfen! Ganz bestimmt nicht! Äh, wo geht's denn hier raus überhaupt? Boah, im Bett! Äh, oben! Im Zweifel fällt's immer nach oben! Ah, hier geht's noch nicht raus! Oh, nice, ich hab Dias gefunden! Boah, als wenn du jetzt schon Dias hast! Ich bin in einer Schlucht! Das Zauber muss mal legt, Alter! Das ist echt schlimm! Ja, aber wir haben... ...glaub ich, nur einen Vier-Dolt! Ramm! Nein, noch nicht! Ich find, dafür läuft der relativ gut! Es sind nur fünf Leute, wir brauchen... Oh nein, ich hab keinen Cobblestone mehr! Es sind fünf Leute mit Mods! Super! Nein! Ich hab grad nicht eins auf meinem ganzen Sitz! Nein! Ich steh! Ich bin nicht tot! Ich bin unabfrohlich tot! Ey, schau mal, Sibi! Oh, zwei Herz! Zwei Herz! Wow, fünf Stahlplatten! Davon haben wir eine dreimal, eine zweimal! Das bringt's ja richtig! Scheiße! Cool, ne? Oh, scheiße! Kannst du Pfeile reinpacken? Äh, ich hab keine! Oh, ein Heart-Container! Was kann man denn machen? Usage! Noch gar nicht! Mit Heart-Kanister! Oh, ich will haben! Davor brauchst du vier Diamanten und necrotic Bone! Das kann ich mit... Muss man in den Inventarsch jetzt mal reinpacken, ne? Genau! Ja, dafür kann man drei Stück haben, oder nicht? Äh, zehn! Von dem roten, von den gelben und zehn von den grünen! Ja! Also du hast im Optimalfall am Ende 60 Herzen! Wenn du alle zehn Stück hast! Genau! Als wenn hier nur zwei Diamanten waren! Ach, da ist noch mehr! Wow! Wem hast du meine Sachen mit aufgehoben? Warum hab ich eigentlich einen Eimer? Hast du ja Fackeln? Oh, scheiße! Ich hab den Eimer gecraftet, Mann! Ich muss deine Sachen mit aufgehoben sein! Hier! Ey, aufgehoben haben! Ich brauch vier Stück! Weil bist du immer noch nicht da! Ja, super! Ja, da kommt das Feld hin, du Depp! Richtig geil! Dominik! Ja! Kannst du mir mal kurz helfen, meine Sachen zu holen? Wo denn? Bist du überhaupt? Ich lauf hier rum! Hä? Ja! Ich bin da schon wieder tot! Ich bin im Wasser! Pfff! Ich wär hier grad verreckt in Lava, ey! Hilfe, Spinner! Ja! Ich werd schon wieder vom Skelett beschossen! Da ist ein Skelett mit Rüstung! Au! Was machst du denn immer? Was tust du den Skeletten denn immer an, dass sie dich töten wollen? Hier sind noch so ein paar Sachen, Jaden! Mado! 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 Vielen Dank.